hallo schön dass du zu meinem kanal gefunden hast und alle die mich von meinem anderen kanal kennen seid auch hier gegrüßt hier geht es nicht jetzt um glaskerzen aber es geht weiter um duftwachs und zwar von der firma sensi für die die mich noch nicht kennen wer bin ich ich bin die mama von maple und ich bin kerzensüchtig und jetzt auch sensi süchtig ja es fing mein erstes sensi produkt was ich gekauft habe war eigentlich er hier er heißt ande ande das alpaka und den hatte ich in dem sensi katalog mal gesehen und mich direkt unsterblich drin verliebt irgendwann gab es dann zähl weil ich habe gesagt nein komm ich bin erwachsen genug ich brauche das nicht und im sale war dann ein bisschen günstiger und habe ich zugeschlagen und ihn adoptiert es ist meine liebe geworden und dadurch bin ich zur sensi gekommen bei der bestellung weil ich wollte eigentlich wirklich nur ihnen habe ich gedacht komm dann bestell dir ein bisschen wachs mit du kennst ja schon ein paar sensi dürfte von bröbchen die man so untereinander sich hin und her schickt und dann hatte ich mir zwei drei bars noch mit bestellt gehabt es war nicht wirklich meine dürfte und deswegen war das erst mal wieder so ein bisschen ad acta dann hatte ich dürfte gehabt die wirklich toll waren ich hatte so ein probepaket bekommen die will ich weiter haben und irgendwie möchte ich die sensi liebe die ich empfinde auch an andere transportieren und deswegen habe ich jetzt diesen kanal aufgemacht möchte sensi beraterin werden und auch zu hause den leuten die dürfte näher bringen aber hauptsächlich bin ich hier bei euch auf meinem youtube kanal ich stelle euch die dürfte vor ich stelle euch hauptsächlich auch buddies vor ich stelle euch manche lampen vor ich versuche einige zu kriegen ich kann mit sicherheit noch nicht alle kriegen weil da ist das budget noch zu klein für aber die die ich habe die werde ich euch vorstellen ich verspreche euch ich werde immer meine wirklich ehrliche meinung sagen mir ist es egal ob ich dann einen artikel nicht verkaufe ich möchte dass ihr das gefühl habt wirklich bei mir richtig und aufgehoben zu sein und ja ich freue mich schon total auf die zeit ich freue mich darauf wenn endlich meine unterlagen kommen wenn meine erste bestellung die schon getätigt habe kommen und ich euch das alles vorstellen kann wir zusammen daran schnüffeln können und ich euch mal alles zeigen kann was so sensi ausmacht und vielleicht kriege ich euch auch infiziert ich meine wenn ihr hier auf den kanal gegangen seid kennt ihr bis sensi bestimmt schon ein bisschen und ja unten in der infobox steht meine e mail da steht meine telefonnummer für whatsapp ihr könnt mich per whatsapp per e mail erreichen wenn ihr was haben möchtet wenn ihr fragen habt löchert mich ruhig ja ich möchte eigentlich allzeit für euch da sein so dann sage ich mal bis zum ersten video was richtig kommt bis bald tschüss bis bald tschüss